Ja, ich belagere sie mit 70, 210 Damage auf dem anderen, der eine Evo-Ernte, oh fuck, über uns! Äh, oh, ich hab, ich hab, okay, scheiße, ich hab, ich hab ein rotes Zeichen, Miko. Oh, gut, gut. Die drei Kästchen. Package los? Wollte gut sein, dann. Wolltest wir irgendwo hin. Ja, wir gehen, wir gehen zu Fusey. Musst du irgendwo runterwiggeln. Ne, nicht, 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 nicht viel, wie heißt, Mirage, Mirage-Schiff da hinten. Na gucken wir mal, geht doch. Ja, ja. Solange wir noch nicht in der Action sind. Aber wir haben Feinde bei uns, oder? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wo. Ist der, ist der gegangen? Ganz unten. Ach so. Okay, das heißt, wir looten erstmal in Ruhe. Ey, Leute, sorry, wenn das absolut painstum zuschauen ist. Auch von dem Hin und Her. Äh. Das ist ja immer so, finde ich, ein bisschen der Nachteil. Wenn man so schnelle Controller-Movements hat. Ey, willst du die L-Star? Ne, wahr? Ne. Nicht unbedingt. Oh, was ist das? Evakuierungskit. Ach so, das war dieses, ähm... Äh, Zip-Line? Ah, wo? Oder warst du das? Ne. Ne. Auf der rechten Seite hin. Hast du Light-Weapons? Oh. Lieder Rucksack, Miko! Okay, der Rucksack ist wieder weg, glaube ich. Mit Package-Loss kennt Miko sich aus. Das habe ich jedes, oder viele Spiel. Ja, hat er erzählt, dass du auch da so ein Problem hast, wie ich. Ey, bei mir ist auch komplett... Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir haben das vor einer Weile mal probiert. Kannst du vergessen, Alter. Also das war katastrophal. Äh, ja. Oh, Shitrako, langer Text. My bad. Äh, okay, pass auf. Wenn ich tot bin oder so, schau ich mir das an. War das, ist das ein Looting hier oben? Das ist so ein Looting... Ja! Geil. Lockdown-Shield habe ich schon. Was ist das? Scharfschützen mal ziehen. Ja, dann nehme ich das mal mit. Und dann wechsle ich die Elster noch zu einer Sniper um. Dankeschön. Okay. Ich folge dir, Miko. Worum er du hin willst. Ja, ich, äh... Oh. Oh, Sip-Line. Sip-Line wieder? Das ist hier drüben irgendwo. Nee, jetzt links hinter uns. Äh... Steps. Unter dir. Oh, lol. Ja. Nur ein bisschen am Teleportieren. Nee, jetzt geht's. Das ist nur zwei Teams, oder? Ja. War aber ein bisschen laggy, oder, Guys? Ich bin aufgeregt. Sind wir heute noch nichts in dir? Aimbot, what do you mean? Ich hab nur Controller, es ist... Kommt da noch rein? Nee. Äh, benutzen. Ah, okay. Aimbot, sagt er. Alles gehust. Das ist schon wild. Ja, ja. Äh, was haben wir hier? Schildbatterien? Oh, der Bluten wird so sexy. Hm, mir geht jetzt schon herab. Oh, sorry für die Wortwahl. Hätte ich nie gepackt. Never ever. Probably. Wobei ich sagen muss, Miko und ich hatten vor einer Weile auch eine ganz gute Runde. Oh, ihr hattest nämlich. Wo wir auch Early Game 2v2s gewonnen haben und dann kam noch eine Party dazu. Die haben auch weggeklatscht. War eins, war eins sexy. Gehört natürlich auch immer viel Glück dazu. Das sag ich nicht. Dass ich jedenfalls gewinnen würde. Äh, ja, aber das hier gerade auf jeden Fall Controller. Oh, gehen wir mal weiter hier. Oh. Hm? Da links ist so ein Ding. So ein, so ein, so ein. Warte. Wo war Ping? Wo war Ping? Scheiße, wo war Ping? Da war Ping. Ah. My bad. Hab ein Upgrade ready. Oh ja. Ähm. Erkennt Explosionswaffen durch Wände und Todeskisten. Ich glaube, das ist gut. Äh, feindliche Positionen anzeigen. Back. Okay, Karte. Kann ich zoomen? Ich kann zoomen. Äh, wie bewege ich? Da bewege ich. Okay. Ja, das heißt, wir gehen... dahin? Oder was? Boah, Wegpunkte setzen. Ja, du kannst erstmal die hier mal aufmachen. Dann kriegen wir mal krasses Loot. Welche kann ich aufmachen? Die da. Oh ja, mach ich. Wird gemacht, Chef. Oh. Nice. Nice. Ja, gerne in Visier. Laser-Visier, erweitertes Magazin. Hier ist mein blaues. Ne, wo war Ping? Hier war Ping. Hier ist dein erweitertes, leichtes Magazin. Wollen wir erstmal gucken, was hier steuermäßig abgeht. Ich hab zu viele Batterien. Und dann müssen wir auch schon die Socken scharf machen. Okay, okay. Weil die Zone kommt. In die Richtung. Straight einfach rennen, ne? Ja. Einfach straight in die Zone, einfach straight in die Zone. Der Brotum, der die Kuh trägt. Ja, ich hab mich... Den hatte ich verkackt. Den hatte ich hart verkackt. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm gewesen. So. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hatte Flo auch gesagt. Weil ich meinte, er ist so, oh fuck, ich hab's in... Deutsch installiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kommen. Aber da meinte er, ne? Ich spiel ja Fusey. Ja, aber Fusey hört sich gut an. So. Dann kann man das ja so lassen. Ja, was meinst du? Sorry, sorry. Fusey hört sich immer gut an. Ja, das ist ein cooler Typ. Und Granaten und so schmeißen. Gleich ein bisschen das Skill-Issue aus. Genau, immer gut. Immer richtig gut, das zu kompensieren. Äh... Ist das so ein Creator-Ding? Ja, so ein Creator-Ding. Replicator. Ja, du kannst ihn nur noch einmal benutzen, ne? Ach so. Okay. Ja. Dann lass ich den... Das Ding sein. Also, du kannst für jeden Replicator... ...einmal benutzen. Okay. Also, auszudeuten. Oha, oha, Fluxa hat hier... ...das Insider-Wissen. Wusstest du, dass die Ironsides von der R99... ...ein 1,1-Zum haben? Dein Scope... Äh... Dein Scope aktuell nur eins. What? Oh. Das heißt, ich kann das einfach droppen. Ah, Schüsse. Ich muss weiter gucken. Ah, ich hab geswappt dich, Mongo. Sorry. Okay. Shit. Ähm. Okay. Ich... Halt mal... Ich heil mein Schild. Holy shit. Nee, warte, wo war... Da, da war Crouchen. Äh, ich nehm den Moment. Okay, Miko? Ich mach nen geschmeidigen. Ja, mach mal. Ah, ich da geh dich, da geh dir. So. Aber der ist alleine, oder? Nee, er sind zwei. Einer ist da oben, einer hier vorne. Ach so. Ah ja, okay. Ich wollte sagen, ich hör irgendwas. Ich seh den so schlecht da oben, ey. Krotzt der... Krotzt meiner Rüge, ey. Der andere läuft hoch. Nee, ah, ich war... Ich wollte nach oben drücken für nen Ping. Ich weiß nicht, aus welchem Game das war. Ich glaub, Halo war Deep, die... Die Pad oben. Äh, die... Der eine ist da hoch, ich glaub, hinter der Kiste. Aber ich bin nicht sicher. Nee, ich bin nicht sicher. Ja, komm mal zu mir. Ich komme. Wir hohen rein. Wir hohen rein. Da, Level up, ja. Ah ja, das Rund kommt auch. Lol, ja, wir gehen mit Gott. Stimmt, die kann ich auch aufladen, die Sentinel. True, 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 true. Dann haben wir das Ding jetzt ein. Let's go. Ich hab nicht mal, wo wir hin müssen. Ach so, und da nächstes Level. Jetzt zieh ich das auch mal. Lol, ich war so blind, Alter. Nur 72. So. Ich glaub, wir können durchlaufen, einfach. Roger, roger, wird gemacht. Die Zone ist schnell. Da schießt noch einer. Ding mal mal. Okay, let's go, let's go, let's go. Ja, da durch. Da, 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 okay. Alles klar, Captain. Ich bin zu tief gedippt. Ich heil mein Schild mal in Ruhe. Ah, ihr war ein Gegner. Shit. Machen wir nicht schwach. Ich bin hier nicht mehr. Aber es ist nur 20 Sekunden her. Ich hab links was gehört. Wahrscheinlich auf der anderen Seite des Berges. Ja. Da ist ein Turm kaputt gegangen. Ah. Ach so, ach so, so einen wie wir gemacht haben. Ja. Wir könnten jetzt einmal nach hinten ein bisschen gucken. Also in die Richtung, wo wir herkamen. Kann ich machen, kann ich machen. Da können Gegner herkommen. Aber bleib in der Zone. Hm, oh ja. Ja. Mach ich, mach ich. Ich halt mein Ult bereit. Wenn einer kommt hier, Ring of Fire, let's fucking go. Okay, ich hab einen Moment, um meine Schilder aufzuladen. Irgendwas, äh, Schatten gesehen? Ja. An uns vorbei. Äh, Sentinel chargen. Nicht vergessen. Da drüben. Ich charge, ich charge, ich charge. Ich hab da nur ein Zweier, Zweier-Vierer. Zwei-Vierer-Scope. Aus dem Haus. Da in der Tür drin. Ein Witt. Unten auch, unten auch. Ich treff das noch mit dem Scope im Leben nicht, Bruder. Ich muss heilen. Ah! So optimal. Ich hab was links von mir gehört. War das ein Ability oder ein Gegner, der angeschissen kommt? Könnte nur ein Ability sein. Ja, Ability, glaube ich. Sind die immer noch in dem Haus? Ich hab weggeguckt. Äh, ja. 88. Ach schön. Ich kann ihm zwei Flash-Schüsse geben. Geiler Typ. Kann ich eine Tür kaputt schießen? Hm, nee. Okay. Äh, Zone kommt. Ich kann sie aufschießen, aber nicht kaputt schießen. Ich, äh, geh mal zu dir. Stimmt, kann ich auch machen. Cluster ging rein. Kein Damage. Ich bin leicht, äh, angehintet. Gehen wir hier hin. Machen wir, wenn wir in der Zone sind, heile ich mich gut. Ba, 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 da, da. Schaffen wir alles, oder? Schaffen wir alles. Ja. Ich hab noch eine Tür gehört, oder warst du das? Das war ich. Nee, war ich, okay. Und dann jetzt hier die Zip-Line. Copy. Dann hol mal uns das Ding nach. Da hinten. Blödmann, da drüben. Oh. Okay. Irgendwie. Hinter den Steinen, oder? Ja, da drüben 70. Oh, RIP, Alter. Sorry, ich bin so bad. Oh, der eine hat schon rote Arme. Oh, ich bin so bad. Oh, das ist nur RIP, äh. Ja, ich belagere sie mit 70. 210 Damage auf dem anderen. Der eine Evo-Ernte. Oh, fuck, über uns. Ich bin gefangen, was? Was? Oh, irgendein Binding-Ability, okay. Fuck me. Sorry. Ich geh einfach raus, der Angel raus, irgendwie in den Stein. Äh, ich kann da Boden-Upgrades machen, das ist cool. Ich hätt vorne bleiben sollen, aber für dich, wa? Oh, ne, die umlagern dich. Oh Gott. Von beiden Seiten. Ah, sorry. Aber vierter. Ich weiß nicht, war das einer der Gegner, der gecircult ist, oder ein anderes Team, der da oben stimmt? Ich weiß gar nicht mal, welches Team das soll. Schade, schade, schade. Naja. Ja, nochmal. Ging doch gut, mit Controller, oder? Ja, ja, das ging, das ging, das ging. Umfrage zur Spielqualität. Ich glaube nicht, Tim. Reden wir nicht drüber, über euren Package-Loss. So, dein Nachricht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.